Hochschule Konstanz präsentiert Was kommt nach dem IWI-Studium? Auch die schöne Zeit während deines IWI-Bachelors an der HTWG Konstanz geht irgendwann zu Ende. Du fragst dich sicherlich, was nun kommt. Stell es dir wie diese drei Türen hier vor. Jede Tür steht für einen Weg, den du einschlagen kannst. Komm, schauen wir, was sich hinter der ersten Tür verbirgt. Dir hat der IWI-Bachelor gefallen? Du hast Konstanz lieben gelernt? Du würdest gerne deine akademische Laufbahn mit einem Masterabschluss krönen? Dann schau dir doch mal die Masterstudiengänge an der HTWG Konstanz an. Der englischsprachige Studiengang International Project Engineering oder der Master im Wirtschaftsingenieurwesen wären eine prima Fortsetzung nach deinem Bachelorabschluss. Außerdem ermöglicht dir dein breites Wissensspektrum und die internationale Ausrichtung auch ein Masterstudium an anderen Hochschulen oder Universitäten oder sogar im Ausland, falls du das möchtest. Oder möchtest du lieber gleich in die große Berufswelt hinaus? Auch das ist möglich. Hinter der Tür 2 versteckt sich der Direkteinstieg. Dank deiner interdisziplinären Qualifikation und dem praxisnahen Bezug von IWI bist du für den Direkteinstieg bestens vorbereitet. Es gibt unzählige Branchen, in denen du anfangen kannst. Fangen wir mal an beim Supply Chain Management und Logistik von Gütern und Produkten der Lieferanten aus aller Welt. Weiter geht's mit Unternehmensberatungen, Vertrieb oder Einkauf. Preisverhandlungen sind für dich ein Kinderspiel. Egal, ob auf Englisch oder Deutsch. Schließlich bist du ein internationaler Wirtschaftsingenieur. Oder lieber doch im Produktionsmanagement? Na klar! Wie war das? Qualitätsmanagement? Auch das ist möglich. Auch in der Forschung und Entwicklung kannst du tätig werden. Sei dir sicher, du wirst dich super in einem Unternehmen zurechtfinden. Egal, ob im In- oder Ausland. Es muss aber nicht immer ein Entweder-oder sein. Kombiniere es doch zum Beispiel mit einem berufsbegleitenden Masterstudium. Vielleicht ist der berufsbegleitende Studiengang Systems Engineering an der HTWG Konstanz etwas für dich. Andernfalls gibt es auch zahlreiche Trainee- und Einstiegsprogramme, bei welchen du die Funktionsbereiche eines Unternehmens noch einmal besser kennenlernen kannst. Bin ich froh, dass ich EWI studiert und nun so viele verschiedene Möglichkeiten habe. Also, worauf wartest du noch? Bewirb dich jetzt! Wir freuen uns schon auf dich! Untertitelung des ZDF für funk, 2017